Dies hier ist das 5637. Video auf YouTube, das dir erklärt, wie du den Slice beim Treiber los wirst. Wer mich jedoch kennt, weiß, dass ich ein wenig mehr zu sagen habe. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Lins St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft kein Video mehr von mir versäumen möchtest, würde ich dich bitten, den Kanal hier unten zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Der gute alte Slice. Ich glaube, jeder Golfer hat ihn schon mal gehabt in seinem Golferleben und ist wohl die Golfer-Volkskrankheit Nummer 1, der Ball, der nach rechts abbiegt und im Wald verschwindet. Wenn man sich mit dem Slice beschäftigt, dann weiß man, dass normalerweise die Schwungbahn von außen nach innen verläuft, durch den roten Stab repräsentiert und die Schlagfläche etwas nach rechts zeigt, also offen zeigt. Und dadurch entsteht der furchtbare Slice. Jetzt gibt es dann die ganzen Tipps, dass man sagt, okay, man solle doch bitte das hier umdrehen und solle den Schläger mehr von der Innenseite zum Ball bringen, also von innen nach außen und die Schlagfläche etwas mehr schließen und dann würde das besser werden. Und das stimmt auch. Das ist tatsächlich die richtige Herangehensweise, um einen Slice loszuwerden. Man muss schon zwischen den verschiedenen Slice-Arten unterscheiden. An erster Stelle steht für mich dieser Fade, wie es im Fachsturkon heißt. Und der Fade ist der gewollte Schlag von links nach rechts. Und da stellt es überhaupt keine Menschen, wenn der Ball leicht links startet und rechts Richtung Mitte Färbe abdriftet mit einer Rechtskurve. Ich glaube, das ist alles in Ordnung, das fühlt sich gut an. Wir reden von dem Ball, der nach rechts abbiegt. Und um diesen Ball, der nach rechts abbiegt, zu korrigieren, muss ich nicht unbedingt die Schwungbahn von innen nach außen schwingen. Betrachte mal, wie dein Slice passiert. Ist das ein Ball, der zuerst nach rechts startet und dann nach rechts weiterkurvt? Oder ist das ein Ball, der eher leicht links startet und dann rechts weiterkurvt? Je nachdem ist die Therapie. Startet der Ball bereits nach rechts und kurvt weiter nach rechts, dann ist die Schwungbahn nicht der Hauptverantwortliche für diese Banane, sondern die Schlagfläche an sich. Das heißt, dann brauche ich nicht zwingend, nicht zwingend sage ich, an der Schwungbahn arbeiten, sondern ich werde zuerst an der Schlagfläche arbeiten und werde schauen, was passiert, wenn mein Ball gerade startet. Startet der Ball jedoch gerade oder leicht links, ist das ein Zeichen dafür, dass die Schlagfläche im Treffmoment bereits zum Ziel zeigt oder leicht links davon. Und dann wäre wahrscheinlich die Schwungbahn der ausschlaggebende Grund, warum man den Slice hat. Wie kann man das feststellen? Es gibt diese Dopplerader, wie zum Beispiel den Trackman. Da kann man mit wenigen Schlägen sofort ablesen, wie ist die Schwungbahn, wie ist die Schlagflächenorientierung und dann weiß man auch, welche Arrestierungen man machen muss. Jetzt habe ich vorhin gemeint, wenn der Ball gleich rechts startet, ist die Schlagfläche von Haus aus offen. Gut, wie bekommen wir sie zu? Das sind die Fehler, wo ich dann sagen würde, schauen wir uns einmal den Griff an, dass wir hier den Griff weit genug nach rechts gedreht haben. Ich habe hier oben übrigens noch einen Link gepostet, wo du zu einem Video kommst, wo ich den Griff erkläre. Habe ich nun den Griff geändert und der Ball startet jetzt gerade und kurft kaum nach rechts, dann kann ich wohl mit dieser Therapie bereits zufrieden sein. Slice er trotzdem noch aus der Richtung, obwohl er gerade startet. Dann ist wohl auch noch die Schwungbahn betroffen von dem Fehler. Und da muss ich tatsächlich beginnen, etwas mehr in diese Richtung zu schwingen, also mehr von innen nach außen. Jetzt könnte auch noch der Fall eintreten, dass da ein Griff in Ordnung war und die Schlagfläche trotzdem offen ist im Treffmoment und der Ball trotzdem rechts weg startet. Dann könnte es auch sein, dass wir in der Release-Phase hier unten zu wenig Suppination haben. Man sagt dazu, das ist eine Suppination, das ist eine Pronation und das ist eine, wie gesagt, Suppination. Wir wollen von hier in eine Suppination gehen, das heißt, der Unterarm bewegt sich in diese Richtung. Würde man zum Beispiel jetzt anfangen, das zu machen oder so einen Chicken Wing, dann würde der Schleerkopf ebenfalls offen bleiben und ich kann den Schläger so gut angreifen, wie ich möchte. Es wird einfach nicht funktionieren. Wenn dies nun der Fall ist, wäre es gut, dass du einfach ein paar Mal von hier nach hier übst und schaust, dass der Ellbogen mehr in diese Richtung hier zeigt, Richtung Ball und nicht nach hinten. Also schaut es so aus. Und dann kannst du das auch mit dem Schläger machen, vielleicht nur mit der linken Hand und dann spürst du sofort, dass der Schläger etwas mehr schließen wird. Ist dies auch nicht der Grund, warum der Ball rechts startet? Er macht es immer noch. Dann ist wohl dein Handgelenk schuld. Und zwar meistens hat man ein Handgelenk, das zu viel dorsal geschüttet ist, wie hier. Und vor allem hier im Abschwung. Und dann ist hier die Schlagfläche offen, wie du sehen kannst. Und dann geht es oft nicht aus, dass man bis zum Ball das repariert. Und das wäre eine weitere Art, warum die Schlagfläche offen ist. Du siehst also, es gibt mehrere Gründe für eine offene Schlagfläche. Und es wäre sehr gut, wenn du in so einem Fall einen Golflehrer zurate ziehst, der dir sagt, warum deine Schlagfläche offen ist und welche Übungen du machen kannst, damit dies aufhört. Aber es ist nicht zwingend notwendig im Schritt 1, dass man die Schwungbahn gleich mit verändert. Jetzt kann noch der Fall eintreten, dass du den Ball gerade startest. Und du hast sogar am Trackman gemessen, dass deine Schwungbahn gerade ist. Und der Ball startet gerade weg und kurvt trotzdem stark nach rechts weg. In diesem Fall klingt das ganz danach, als ob du den Ball nicht in der Mitte der Schlagfläche triffst. Wenn du den Ball nämlich hier auf der Innenseite eher hier innen triffst, mehr Richtung Schaft, was viele Hobbygolfer machen, dann dreht sich im Treffmoment der Schläger zu und der Ball bekommt eine Gegenbewegung. Und das nennt man den Zahnrad-Effekt oder Gear-Effekt. Und das kann eine sehr, sehr starke Rotation nach rechts auslösen. Und ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich 80% aller Slices mit diesem Gear-Effekt zu tun haben. Ist nun die Schlagfläche repariert und es ist fix, dass ich kein Schlagflächenproblem habe und der Ball slice trotzdem noch, dann ist es wohl, wie gesagt, die Schwungbahn, die zu viel von außen nach innen geht. Und viele Amateurgolfer haben hier Probleme, einen Weg zu finden, dass man eben den Schläger auf eine Ebene bringt, auf eine tiefere Ebene bringt, dass der Schläger mehr in die rechte Seite schwingt. Ich möchte dir jetzt ein paar Ideen und Tricks geben, wie man die Schwungbahn etwas mehr nach rechts bekommt und starte gleich einmal mit einer einfachen Sache. Und zwar, wenn du sagst, okay, ich möchte nicht zu viel im Schwung arbeiten, sondern ich schwindel ein bisschen, dann könntest du auch hergehen und sagen, okay, ich mache meinen Stand ein bisschen geschlossener, schließe auch meinen Oberkörper etwas und schwinge quasi jetzt von Gefühl her nach rechts durch meine Ausrichtung. Würde ich jetzt trotzdem etwas von außen kommen und habe die Schlagfläche in einem guten Verhältnis, dann würde das Slice zumindest nicht so stark werden oder gerade werden oder vielleicht habe ich sogar Glück und komme tatsächlich nur ein wenig von innen an den Ballon bekommen, einen kleinen Drau. Das heißt, ich würde den Fehler minimieren. Ist das eine langfristige Lösung? Wahrscheinlich nicht, aber wenn man nur ab und zu spielt und kein anderes Konzept hat, dann wäre das wohl die einfachste Lösung. Der nächste Trick, den ich für dich habe, dass du mehr von innen kommst, ist die Belastung der Füße. Und zwar, wenn du in deinem Aufschwung versuchst, die linke Ferse ein wenig zu heben, also schwingst weg und hebst die linke Ferse ein wenig, stelle vor, du bist auf Kaugummi gestiegen und möchtest nur kurz dieses Gefühl des Pickenbleibens am Boden loswerden, das hebst du ganz kurz, nur ganz leicht die linke Ferse hoch, dann ist es normal, dass dann der Druck beim rechten Fuß mehr Richtung Ferse geht. Und wenn ich dann den Druck auf dem linken Fußball habe, beziehungsweise mehr auf der rechten Ferse, dann habe ich das Gefühl, dass mein Druck in den Füßen so diagonal geht. Und das hilft mir auch vom Körper her, auch mehr den Schläger mehr von dieser Seite zu bringen. Viele Hobbygolfer haben das genau umgekehrt, dass sie den Druck rechts auf den Fußballen haben und links mehr auf der Ferse. Und wenn sie das da machen, können sie nicht ordentlich drehen und kommen sowieso viel, viel mehr von außen. Das heißt, noch einmal zur Wiederholung, du wirst versuchen, links die Ferse im Aufschwung ein wenig zu heben und dadurch kommt hoffentlich Druck etwas mehr auf die rechte Ferse und du tust dir leichter, mehr von der Innenseite zu kommen. Hat dies nun auch nichts geholfen, dann könntest du auch noch diese Übung probieren, und zwar, dass du dich hinstellst, aufschwingst und dann versuchst du mit dem Schlörkopf hier hinter den Füßen, also richtig hinter den Füßen, reinzuklopfen mal, okay? Das heißt, hierher und reinklopfen. Beachte dabei, dass sich die Schlagfläche zum Boden zeigt hier und nicht offen ist, ja? Also hier zeigt sie, damit ich es auch gewährleise, dass ich dann nicht offen zum Ball komme. Und das mache ich jetzt einmal, zweimal, dreimal und beim vierten Mal schwinge ich in die Richtung, aber ziehe dann in diese Richtung weiter, als ob ich hier rüber schwingen würde. Das ergibt normalerweise einen In-to-Out-Pfad und ich würde sehen, dass der Ball zum Hooken anfängt. Und die erste Aufgabe ist es eigentlich, dass der Slice weggeht. Es geht nicht darum, wie viel der Ball hockt oder ob er gerade geht, nein, es geht darum, dass der Ball nicht slicet und ich möchte, dass der Hook kommt. Wichtig bei dieser Übung ist es auch, dass du bitte die linke Schulter länger unten lässt und nicht beginnst, mit der rechten Schulter hierher zu gehen, weil das wäre dann sehr ungünstig, weil dann bekommst du diese Öl-Extension zum Ball und das hat dann andere große Probleme, die das verursacht. Also bitte, wenn du diese Übung hier machst, hierher klopft, eins, zwei, achte darauf, dass die linke Schulter tiefer bleibt. Nun ist es so, dass man alles richtig gemacht haben kann. Man kann hier super auf die Schwungbahn kommen, hier super von innen nach außen Richtung Ball gehen. Am letzten Moment aber zieht man die Arme ein, macht Chicken Wings, dann passiert es trotzdem, dass der Schläger von außen kommt. Also ich kann hier super von der Innenseite kommen und dann mache ich am Schluss Chicken Wings. Dann kommt der Schläger trotzdem von außen und genau das ist ein Riesenproblem, das viele haben. Das heißt, wenn du versuchst, eben mehr von innen nach außen zu schwingen, dann musst du bitte auch versuchen, ganz dringend auch die Arme mehr zu strecken und den Oberkörper zurückfallen zu lassen. Übrigens ist dieses Ganze kein Wettbewerb, wie viel ich die Schlagfläche schließen kann maximal und wie weit ich von der Innenseite kommen kann. Es muss genau zusammenpassen. Einen geraden Ballflug bekomme ich, wenn meine Schwungbahn relativ neutral zum Ball kommt und die Schlagfläche auch in diesem Moment Richtung Ziel zeigt. Dann fliegt der Ball am geradesten, vorausgesetzt ich treffe ihn in der Schlagflächenmitte. Möchte ich einen Draw erreichen, muss folgendes Szenario passieren. Wenn ich in den Treffmoment reinkomme, muss zwar der Schläger etwas nach rechts schwingen, aber die Schlagfläche, die muss auch ein klein wenig nach rechts zeigen vom Ziel. Warum? Weil der Ball muss ja rechts starten und meistens startet der Ball mehr oder weniger entlang der Orientierung der Schlagfläche. Stimmt nicht ganz, aber man kann es sich, glaube ich, so vorstellen. Also mehr oder weniger entlang der Schlagflächenorientierung. Und wenn man eben ein bisschen mehr nach rechts schwingt, als der Schläger offen ist, dann kommt diese kleine Draukurve. Das heißt, so ganz typisch ist zum Beispiel, dass man hat so 4 Grad von innen die Schwungbahn und der Schläger ist so circa 2-3 Grad offen zum Ziel, aber eben leicht geschlossen zum Schwungpfad. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und hier unten habe ich noch ein Video zum Thema Senioren und Treiber. Und das hier ist auch noch ein Video, das YouTube für dich ausgesucht hat. Und auf dieser Seite hier drüben kannst du auch noch meinen Kanal gratis abonnieren und ich hoffe, dich bald hier wieder zu sehen. Tschüss!